Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es weiter mit Red Dead Redemption 2. Wir suchen gerade Lenny. Wir haben nämlich ein bisschen was getrunken und dann war er auf einmal weg. Oh wait, da ist er doch. Oh no, ich wollte, ich habe es gerade nur so gesehen. Der Typ ist schon wieder weg. Der Typ ist schon wieder weg, ey. Ich kriege eine Krise mit dem Typen. Dies zu. Dies zu. Oh, dieser Typ. Sehr gut. Das ist mir eine Tolle Höfe. Oh nee, ich bitte dich schon wieder. Ja, shut your mouth, mister. Oh mein Gott. Okay. Mann, der kann ja nicht gerade groß sein. Hat er es jetzt auch mal, oder? Ah ja, jetzt. So, der ist doch hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Das hier machen wir auch noch gar nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ah, da wollte ich nicht. Da wollte ich nicht hin. Ups. Das wollte ich gar nicht. Gesehen. Da wollte ich nicht stehen. Ja, okay, das muss ich halt auch nicht, Lenny. Das könnte... Das könnte der vielleicht... Der holst dieser Typ jetzt plötzlich hin. Wo ist denn der Typ, Mensch? Was ist noch alles... Er hat doch kein Kleid an. Das gehört da, Cesar. Oh, das ist er doch nicht. Das ist auch wieder ein Kleid. Ich glaube nicht, dass er ein Kleid an hat. Jetzt kommt er auf, er war ganz woanders. Oh, ne Ohrfeige. BAM! Aua! Oh, nicht der Chipschuh wieder. Den haben wir beim letzten Part schon. Der hat uns den genervt, ey. Ne, komm, wir ertränken den noch nicht. Ich will den jetzt hier nicht ertränken. Oh, Gott. Oh, oh. Oh, Gott. Oh, nicht der Gingrennen. Ja, sorry. So eine schnelle Reaktion habe ich jetzt nicht erwartet, dass da... Du bist live? Haha, irgendwie einfach kommt vor dem Zaun und bam. Wurde er klatscht. Du bist live, Alfa? Die haben echt eine gute Nacht gehabt. Wir sind weg. Oh. Was haben wir gemacht? Ich weiß nicht. Ich meine auch. Oh, shit. Du hast Degenerates. Es gibt ein Begriff für drunkenen Violin in dieser Stadt. Du bist nur Glück, dass niemand getötet wurde. Wir haben nicht angefangen. Ja, sie haben. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du wunderschön hast überhaupt Geld hast. Es sind 10 Dollar und du bist frei zu gehen. Ja, klar. Jetzt? Geh aus hier. Ich will nicht sehen, dass du hier nicht mehr hierher bist. Also, das war ein Begriff für drunkenen? Der erste war ziemlich begriff. den wird gar nicht mehr gut wir wollten doch da eigentlich jemanden rausholen jetzt gar nicht gut wir brauchen erstmal hier ganz kurz ein bisschen energie was bringt denn etwas energie das hier und dann noch einmal das hier wo geht es denn als nächstes weiter mal gucken wir haben hier noch eine mission genau deswegen habe ich ums jagen das war gegen es glaube ich ums jagen haben wir sonst noch wo was ja hier haben wir noch was stimmt den strawberry da müssen wir ja den ein rausholen ich würde sagen das könnte man ja reintrottisch machen würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder denn ich reihe da mal ganz kurz hin dann holen wir den guten mal raus ja hello sir i've i've come from blackwater i'm on the trail of a dangerous gang tomo drisco heard you had some sort of incident no deal with bounty hunters around here son i was just wondering if i could get a description well they weren't friends they got in a fight two men got killed now one of them is an idiot the other is some kind of dumb nick so maybe they're your boys you can look right enough when we hang them thank you thank you joe auf einmal schüttet das ja absolut hallo fran had a good time you gonna get me out of here i ain't decided yet real funny i ain't joking cowpoke i heard so much bluster out of your mouth these last six months now i got an opportunity to watch you be sad you gotta do something i always looked up to you arthur well that's your first mistake listen there's one little problem there's only one of me and there's a whole town full of people want to see you swing you got to do something arthur you got to do something arthur what a modern disaster this is gonna be just pull that lever come on ok oops wrong side you have to go there we're going all right we're going vielleicht haben wir noch nicht genau warum warum ich keine waffe hatte den haben wir oh gott ich bin fast tot genau 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 da wird sich damit rechnen dass wir ja auch eine schießerei haben ja das ist eine gute idee das wäre ich mal weg müssen oh ey der ist jetzt schon nach vorne der ist jetzt wieder raus oh gott das war es auch noch nicht ey warum reib mich nicht eigentlich irgendwie einfach nur weg guckx im genau guckx 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 Oh Gott, aber es läuft bislang, wir kommen gerade noch geduldig. Da. Okay, let's get out of here, before we get any more on our team. Ja, das war echt mal ne gute Schießerei ey. Okay. 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 Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt ihr für euch sehr gerne einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Abonniert auf jeden Fall sehr gerne meinen Kanal und aktiviert auch sehr gerne die Glocke. Damit werdet ihr immer bereitet, falls ein neues Video von mir rauskommt. Und ja, habt alle noch einen schönen Tag oder Abend oder wann auch immer jedes Video schaut. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bye.